Freiheit bedeutet für mich Leben und Leben lassen. Genau in der jetzigen Zeit hört man überall jeder schimpft über jeden. Corona ja nein, Feuerwehr, Sportverein, Schützen ja nein, lass jeden seine Sache machen, respektier was andere machen, du musst dich nicht beteiligen an denen, was ich einfach schlimm finde, wenn andere negiert werden. Spätestens, wenn du selber mal aktiv etwas machst und andere kritisieren, merkst du selber, wie unfeindlich es ist.